Musik Nach anderen bedeutenden Schriftstellern besucht auch der hervorragende Dramatiker und Philosoph Jean-Paul Sartre die Schweiz. Er erzählt uns von seinen Genfer Eindrücken. Man fühlt sich zu Hause in der Genfer Altstadt. Schon finden wir ein Café, das denen von Saint-Germain-des-Prés kaum nachsteht. Nach einer Unterhaltung mit Marcel Raymond, Professor der Universität und Spezialist für moderne französische Literatur, führt uns ein französischer Freund in die Cité. Mit ihren kleinen Handwerken, Studenten und Bibliotheken. Ein Straßenmaler wie in Paris auf der Insel Saint-Louis. Er gleicht in auffallender Weise André-Gide. Durch ruhige Straßen mit langen stillen Fassaden geht unsere Wanderung. Und alles malt uns hier an die Tradition des freien Denkens und der freien Aussprache, die wir seit unserer Ankunft so hoch zu schätzen wissen. Zwischen den Fassaden vollgeschichtlicher Erinnerungen macht man Begegnungen à la Parisienne. Ein Bewohner des Rousseau-Hauses. Er war Schüler in einem Pariser Gymnasium, wo ich Professor war. Es ist Georges Pitoyev, der Sohn des großen Pitoyev. Wir müssen nun die Stadt der Vergangenheit verlassen und in die der Neuzeit gehen. Aber wir nehmen die Erinnerung an die Hoffnungsreich und so gut in unserer Zeit passenden Genfer-De-Wiese mit, dass Tenebras lukt. Jetzt die Tag. Wagner-de-Wihu. Wagner-de-Writter. onda-derwe. Wagner-de-W candle 들